Lübbe Audio Endspiel des Kapitalismus Wie die Konzerne die Macht übernahmen und wie wir sie zurückholen Von Norbert Hering Es liest Olaf Pessler Einführung Wie kann das sein? Die großen Aktienmärkte der Welt verzeichneten zwischen Frühjahr 2020 und Frühjahr 2021 hohe Gewinne In einem Jahr, in dem die weltweite Wirtschaftsleistung einen schweren Einbruch erlebte In dem viele Millionen Menschen in Kurzarbeit gezwungen oder ganz arbeitslos wurden Selbstständige massenhaft ihre Existenz verloren Ganze Branchen wie Einzelhandel, Hotellerie, Gastronomie und Tourismus In Existenznöte gerieten Feierten die Aktionäre Wie passt das zusammen? Das ist die Leitfrage dieses Hörbuchs Am Ende sollte deutlich geworden sein, warum wirtschaftlicher Niedergang und Höhenflug der Börsen Keine Gegensätze sind Und auch was geschehen muss Damit sich das nachhaltig ändert Damit dieses antisoziale System Durch eines ersetzt wird Welches der Masse der Menschen dient Nicht einer kleinen Elite von Menschen Die den Großteil des Kapitals besitzt Die Gegenüberstellung von Corona-Krise und Börsenentwicklung Liefert nur das eingängigste Anschauungsmaterial dafür Dass das Wohlergehen der produzierenden Wirtschaft Die für die Menschen lebenswichtig und täglich erlebbar ist Kaum Bedeutung hat für die Finanzsphäre Die um Börsen und Anleihekurse, Manager, Boni und Dividenden kreist Und in der mit Unternehmen gehandelt wird wie mit Kartoffeln Erkennbar war das schon vorher Nur nicht so deutlich Das Konzept für dieses Buch ist älter als die Corona-Krise Bei den Recherchen zu meinen 2016 und 2018 veröffentlichten Büchern Über die globale Kampagne zur Abschaffung des Bargelds War ich auf ein Geflecht von Stiftungen, Gremien und Vereinigungen gestoßen Mit denen Konzerne und Regierungsstellen gemeinsam dieses Projekt vorantreiben Dabei wurde mir immer deutlicher, dass die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs Nur ein Bestandteil einer viel umfassenderen Agenda ist Ich stieße auf Projekte und Gruppen mit Namen wie ID2020, Gleichschritt, Known Traveller und Great Reset Und immer wieder auf die gleichen Gruppen in unterschiedlichen Zusammensetzungen Weltwirtschaftsforum, Bill und Melinda Gates Foundation, Rockefeller Foundation, Accenture, Microsoft, Visa und Mastercard Regelmäßig im Verein mit der globalen Führungsmacht USA Und den von ihr dominierten Institutionen Weltbank und internationaler Währungsfonds Aber auch mit der deutschen Bundesregierung und anderen Regierungen Gemeinsamer Nenner dieser Projekte ist das Ziel der umfassenden, automatisierbaren Sammlung und Speicherung verlässlicher Daten über das Tun und Lassen der Weltbevölkerung Denn wer die Daten hat, hat die Macht Sowohl in kommerzieller als auch in politischer Hinsicht Die Beobachtung, welche Macht die Konzerne ausüben und welche Ziele sie mithilfe dieser Macht augenscheinlich verfolgen war der eine Grund, dieses Hörbuch zu schreiben, wenn auch noch kein hinreichender Denn Belege und Beispiele für das Handeln und die Absichten der Konzerne kann ich weniger aufwendig und mit ähnlicher Reichweite auch auf meinem Weblog Geld und mehr präsentieren Hinzu kam aber die grundlegendere Frage Woher die Konzerne in unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem eigentlich ihre zunehmende Macht beziehen sowie die Erkenntnis, dass dieses Wirtschaftssystem nachhaltig aus den Fugen geraten ist Seit über einem Jahrzehnt gibt es praktisch keine Zinsen mehr obwohl doch der Zins als einer der Grundpfeiler des kapitalistischen Systems gilt Die Zentralbanken pumpen in bislang unbekanntem Ausmaß Geld ins System aber es erwächst daraus keine Inflation Die wirtschaftliche Dynamik ist viel schwächer als in früheren Jahrzehnten aber die Aktienkurse und Grundstückspreise gehen durch die Decke All das verlangt nach einer Zusammenschau, die analysiert aus welchen Quellen sich die Macht der Konzerne speist und welche Beweggründe hinter ihren Plänen stehen Diese Zusammenhänge zu erläutern und daraus anschließend eine positive Vision für ein besseres System abzuleiten ist das Ziel dieses Hörbuchs Eine Wegbeschreibung Eine intellektuelle Reise ist angenehmer, wenn man Wegmarken erkennt und weiß, wohin man sich bewegt Deshalb will ich vorab eine kurze Wegbeschreibung geben Im ersten Teil zeige ich, wie die Corona-Krise ein System offengelegt hat in dem alles darauf angelegt ist, die Kapitalbesitzer vor Verlusten zu schützen und ihren Reichtum weiter zu mehren während die ohnehin Benachteiligten das Nachsehen haben Die großen Konzerne werden reicher und mächtiger Die kleineren Unternehmen verlieren Marktanteile oder gehen in den Konkurs Anhand der Geschichte des Weltwirtschaftsforums der mächtigen Lobby der großen internationalen Konzerne lässt sich zeigen, mit welchen Methoden die Konzerne ihre wirtschaftliche Potenz in strukturelle, politische Macht umgemünzt haben Das Forum ist inzwischen sogar ganz offiziell und fest in die sogenannte Global Governance integriert So werden die Gremien und Institutionen zur Lenkung des Weltgeschehens durch nicht gewählte Technokraten und die Regeln auf die sich diese fernab der Parlamente geeinigt haben beschönigend genannt Als weitere, sehr wichtige Akteure der Global Governance werden die verschiedenen halboffiziellen, internationalen Gremien vorgestellt in denen diese globale Technokraten-Elite ihre Gesetze formuliert Im zweiten Teil begeben wir uns auf die Suche nach der Quelle der Macht der Konzerne Dafür ist es notwendig, die Funktionsweise des Kapitalismus zu begreifen denn aus ihm speist sie sich Ohne diese Analyse kann man weder die derzeitige untypische Situation verstehen die ich Entspiel des Kapitalismus nenne noch Reformvorschläge entwickeln, die mehr leisten als nur Symptome zu bekämpfen Ich unterscheide dabei klar zwischen dem, was gemeinhin als die Wirtschaft bezeichnet wird und dem Kapital Die Wirtschaft ist die Produktions- und Konsumsphäre in der die Menschen Einkommen erzielen und ihre Bedürfnisse befriedigen in der die Betriebe investieren, produzieren und ihre Güter oder Dienstleistungen mit Gewinn verkaufen wollen Das Kapital besteht aus Rechten am Ertrag dieses Wirtschaftens In der Finanzsphäre wird mit diesen Rechten gehandelt auch mit ganzen Unternehmen Da das Kapital die Unternehmen über das Spitzenmanagement kontrolliert werden diese darauf ausgerichtet, die Erträge des Kapitals zu mehren anstatt möglichst viele, möglichst gute Produkte möglichst preiswert zu produzieren Entsprechend klafft auch ein Interessengegensatz zwischen kleineren und mittleren Unternehmen und den großen Kapitalgesellschaften Diese werden immer größer, reicher und mächtiger indem sie mithilfe des Finanzsektors ihre kleineren Konkurrenten verdrängen unterordnen oder schlucken Personengesellschaften und kleine inhabergeführte Kapitalgesellschaften rechne ich nicht zum Kapital so wie ich auch Besitzer selbstgenutzter Eigenheime und Wohnungen nicht der Gruppe der Kapitalisten zuschlage In beiden Fällen geht es anders als beim Kapital nicht darum, ohne eigene Leistung Geld zu verdienen Im dritten Teil, der dem Hörbuch seinen Namen gegeben hat untersuchen wir, warum unser aktueller Kapitalismus so anders aussieht als wir ihn aus früheren Zeiten kennen oder ihn uns vorstellen und welche Schlüsse wir daraus für die Zukunft ziehen sollten Die Antwort auf diese Fragen lautet, dass die Kapitalerträge der letzten Jahrzehnte zunehmend von sinkenden Zinsen und von Umverteilung zulasten der Arbeitnehmer und Konsumenten gespeist wurden Das lässt sich nicht umkehren ohne dass das System zusammenbricht Eine positive Vision für einen Systemwechsel entwickle ich im vierten Teil Vorher soll es aber um die Frage gehen wie sich die Konzerne den Systemwechsel vorstellen nämlich als Abschied vom marktwirtschaftlichen Kapitalismus Untertitelung des ZDF, 2020